Beachten Sie sie nicht, die leben immer noch im finstersten Mittelalter. Aber ich habe wirklich jemanden am Haus gesehen. Glauben Sie mir, Arthur, das ist nur ein altes Haus, das abgeschnitten von der Welt ist. Je eher der Kasten verkauft wird, ist er eher, können alle mit dem Kapitel abschließen. Hier, damit sie nicht verhungern. Oh, und die Flut geht um elf zurück, dann komm ich und hol sie ab. Das brauchen Sie nicht. Ich möchte die Nacht durcharbeiten. Gut, nehmen Sie den Hund. Komm mal her. Nur, damit Sie Gesellschaft haben. Jagen Sie keinen Schatten hinterher, Arthur. Jagen Sie keinen Schatten hinterher, Arthur. Das ist ein Schatten hinterher, Arthur. Vielen Dank.